Herzlich willkommen zu einem weiteren Lernvideo von Netzwerb Deutsch, dem Netzwerk zum Lernen der deutschen Sprache. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs Sprechen. Schaut und hört euch die Formen gut an. Wir beginnen zunächst mit den Stammformen. Spricht. Sprach. Hat gesprochen. Kommen wir nun zu den Zeitformen. Als erstes schauen wir uns das Präsens an. Ich spreche. Du sprichst. Er spricht. Wir sprechen. Ihr sprecht. Sie sprechen. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich sprach. Du sprachst. Er sprach. Wir sprachen. Ihr spracht. Sie sprachen. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe gesprochen. Du hast gesprochen. Er hat gesprochen. Wir haben gesprochen. Ihr habt gesprochen. Sie haben gesprochen. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich spreche. Du sprachst. Er spreche. Wir sprechen. Ihr sprecht. Sie sprechen. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich spreche. Du sprachst. Er spreche. Wir sprechen. Ihr sprecht. Sie sprechen. Den Schluss macht der Imperativ. Sprich du. Sprechen wir. Sprecht ihr. Sprechen Sie. Das war unser heutiges Lernvideo zum Verb sprechen. Wir hoffen es hat euch gefallen. Wenn ihr weitere Videos wollt, abonniert einfach unseren Kanal. Schaut auch auf unseren Webseiten www.verbformen.de, www.verben.de, www.sprachlehre.de und www.zzapp.de vorbei. Macht's gut und bis zum nächsten Video, euer Team von Netzwerb. Bis zum nächsten Video, euer Team.